Hallihallo und herzlich willkommen bei einem kleinen News Video. In diesem News möchte ich euch hier bei Minecraft auf der neuesten Version etwas kurz erzählen und vorstellen und etwas ankündigen. Es geht um eine Adventure Map, die ich gerne machen möchte mit euch. Dafür werde ich euch sehr viele Freiheiten lassen und euch die verschiedenen Räume ausdenken lassen und planen lassen. Ihr dürft dadurch auch, wenn ich die Adventure Map veröffentliche, auch drin sein oder ingame auch als Schilder oder so bei jedem Raum, den ihr gemacht habt, ausgestellt werden. Es geht in dieser Adventure Map um folgendes. Ich möchte so ein Art Portal, also das Game Portal und Portal 2 machen, wo man verschiedene Räume machen muss, wo es Herausforderungen gibt. Das sind nicht nur Rätsel, das sind nicht nur Fallen und so. Also es ist entweder ein Suchspiel, ein Rätsel, etwas zum Kämpfen, etwas zum Knacken, etwas mit Redstone, alles mögliche. Also, jeder Raum hat so eigentlich seine eigene Persönlichkeit und dafür habe ich mal ein Map erstellt, um das einfach zu zeigen. Kurz eine Flapped World. Die Schleime, die nerven ein bisschen, aber wir werden wahrscheinlich dann die Räume auch so machen, dass die Schleime irgendwie nicht spawnen können und so weiter. Und, ähm, ja, in dieser neuen Snapshot-Version gibt es zum Beispiel diese Purbo-Blöcke und so weiter. Ähm, das, ähm, Areal kann entweder in der Mittelalter, also im Mittelalter-Style sein, in einem Labor-Style, in einem Fantasy-Style oder in einem Modern-Style sein, egal was. Und ich werde eigentlich immer einen Namen mal so abschliessen, wie ich es gut finde und dann zum nächsten gehen und dann zum nächsten und dann immer wieder weiter. Und, ähm, für Redstone brauche ich vor allem noch ein bisschen Hilfe. Ähm, und für, ähm, für Rätsel und so wäre ich natürlich auch dankbar. Aber das mache ich Schritt für Schritt immer wieder in einem Part, wo ich, ähm, ja, am besten nenne ich den Part dann einfach irgendwie, let's build Raum 1 oder so, von der Adventure-Map. Und dann wird der Restraum gemacht und dann Raum 2 und so weiter. Dass ihr mehr seht, in welchem Raum ich bin und ohne, dass ihr das Video aufmachen müsst. Und, äh, dann mache ich auch immer wieder eine Liste unten in die, äh, also in die Videobeschreibung, wo, äh, ihr seht dann, wer schon einen Plan, äh, einen Raum geplant hat. Und ein bisschen grösser und ein bisschen detaillierter in meinem Forum. Den habe, äh, den Link schreibe ich auch noch unten in dieses Video und in die, äh, nachfolgenden Let's Build-Videos. Und so können wir eigentlich gemeinsam eine Adventure-Map planen. Und wenn ihr wirklich viel Spaß habt und so, dann dürft ihr auch mal selber irgendwie einen Plan, äh, also ein Ding machen, in dem ich einfach irgendwie euch bei Hamachi kurz reinlasse in diese Map und dann könnt ihr das irgendwie so zeigen oder erklären. Oder ihr könnt mir ein Bild schicken und ich habe einen Screenshot gemacht, aber wahrscheinlich wegen dieser Taste neben der Umschalt-Taste, okay. Ähm, ja, also, ähm, ich mache eine neue Map, wo ich dann, ähm, alles noch vorplane richtig. Und, ähm, das erste Let's Build kommt dann bald. Ich sage so in zwei Tagen, ja, am Sonntag sollte es kommen, weil am Montag habe ich keine Zeit, weil ich in den Europa-Park, ähm, fahre. Und am Samstag habe ich keine Zeit wegen, ähm, 1. August, das ist der Schweiz-Nationalfeuertag, da gehen wir, ähm, ein Feuerwerk anschauen. Und, ähm, also am Sonntag wäre die beste Zeit, dann mache ich den ersten Part. Und, ähm, wenn ihr noch keine Ideen habt oder einfach nicht wollt oder so, dann mache ich einfach mal die ersten Räume. Und, ähm, ihr könnt planen, ihr könnt die Raumnummer sagen, ihr könnt ein bisschen beschreiben, diesen Raum, wie ihr ihn wollt. Also, ob ihr ein Suchspiel haben wollt, ob ihr ein, äh, Jump'n'Rom-Parkour wollt, ob ihr ein Rätsel wollt, ob ihr ein Kampf-Parkour wollt, und so weiter. Und, ähm, ich möchte ihn auch noch so ein bisschen mit Technik auslösen, dass man irgendwie, ja, was, ich weiß nicht, was möglich ist, aber mit Comment-Blöcken oder so kann man sicher irgendwas machen. Ob man das auch als Singleplayer machen kann, weiß ich jetzt nicht genau. Es ist einfach so, ich habe noch nie eine Adventure-Map gemacht und auch fast noch keine gespielt. Also, so kleine, mickrige Adventure-Maps und sonst nichts und das wird ein Megaprojekt und dafür brauche ich halt auch Zeit, aber, ähm, eben, es sollte eigentlich relativ bald schon eine Version, eine erste Version mit so 10 Räumen geben, wo ihr dann spielen könnt. Also, ich werde immer wieder den Ratten dann hochladen und damit ihr sie spielen könnt. Und ich werde sie auch in Minecraft.de-Form veröffentlichen und wenn jemand will, kann er auch in englischen Form dann auf Englisch das veröffentlichen. Aber ich werde natürlich eher denen Vorzug geben, die auch etwas wünschen, die auch etwas für diese Adventure-Map machen. Also, wer sich dafür freut und so Sachen, ähm, das ist toll, ähm, ihr dürft eben auch mitmachen, ihr dürft auch nur zuschauen und, ähm, ihr dürft natürlich dann auch spielen. Also, ähm, Dankeschön für's Schauen, ähm, ja, mehr sage ich dann im Let's Build Part 1, 2, 3, 4, 5 und 100 endlich. Und, ähm, ja, ich freue mich, weil ich liebe Bauen in Minecraft und, ähm, ja, so beginnt es. Also, Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Drago Baza. Tschüss.